Ehm, beginnen wir noch mal von vorne. Hallo Pierce, ich bin The Saints. Und du? Ach ja, du bist ja The Pierce. Mann, da soll ich mit dem scheiß Ecken hier aufpassen. Ah, ganz toll. Ja, wie gerade schon mal gesagt, ich habe den Sinn bei mir eh schon lange begraben. So. Nein, Fasti lässt mich aber nicht sauber schießen. So. Pierce, mach mal die Mucke an. Danke. Oh. So. Mann, das ist doch alles hier. So. So. Eventuell hätte ich ja mal meine Waffe hier aufladen können. In einem Friendly Fire. Oh, ei, 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 ei. So. Jetzt haben wir kein Fahrzeug mehr, das ist ja ganz toll. Das ist ja ganz bezaubernd. So. Komm, nehmen wir den hier, Pierce. Ähm, Pierce. Pierce. Warum? Dann halt hier rein, Pierce. Komm. Ja, da ist mir klar, dass Herr angegriffen wird, weil der sich immer woanders hinbegibt, der alte Hübschling hier. Diese Actionfigur liebende sind. Waaah, nee. Ach so. Hab gar nicht drauf geachtet, unsere Waffe hat ja eh unendlich Munition. Da können wir ja auch ein bisschen mehr rumballern. Oh, was ist denn das da? Was ist denn das hier? Ah, Drogenpaket. So. Rein da. Mann, so kommen wir doch hier nicht voran, Pierce. Ja, Pierce, warum steigst du da hinten ein? Falsche Karre. Falsche Karre. Pierce, du bist grad ein heißer Typ, kann das sein? Äh, äh. Ähm, jetzt wird's grad ein bisschen doof. Dann nehm mal die Autokarre hier. Komm. Na, endlich. Mann, das ist ja hier schrecklich. So. Mann, der Pierce ist aber auch echt so ein ganz penetranter Pengel. Statt dann ein anderes Auto zu nehmen. Nein, das steig ich ein, das nehm ich nicht. Nein, das nehm ich nicht. So. So. Dann war die schon mal los. Oh, schön, da kommen noch mehr. Und. Oh. So, jetzt machen wir mal hin, Pierce. So, zack, 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 zack. Nein, 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 nein. Oh, nein, nicht der. Und draufhalten auf die Nuss. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Mann, mit was rücken die denn hier alles an? Ist ja nicht glaubbar. Darf ja nicht wahr sein. So, der ist schon mal ein bisschen weg. Und. Weg mit euch. So. So, jetzt ist mit dem auch Ruhe. Und jetzt rein hier, Pierce. Ach, was daumst du denn, was ich hier mache? Ja. Missed Opportunity. I'm telling you. High for the sky. So. Ach, so schnell kann ich gar nicht drehen hier. Da kommt der Fleisch, klopst ja gar nicht hinterher. Ist aber gut so. So. Irgendwie schießt das Typ jetzt auch irgendwie ein bisschen langsamer, hab ich das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch den Patch kommt. Also, ich drück richtig schnell. Warum fängt jetzt die Karre an zu brennen? Haben die das auch mit dem Patch rausgenommen? Weil eigentlich war die Karre immer, mit der man gefahren ist und vom... Ach so, nee. So und so und so und so macht man das, ne? Ist doch klar. Sind doch der Schäden. Hier, komm. Ja. Muss nicht fragen, ist kostenlos. So. Und einmal hier quer biet. Bis keiner mehr steht. Nee, du Hocks. Ist nicht fair. Nein, nicht schon wieder so einer, Mann. Die sind ja schlimm. Nein, nicht schon wieder so einer, Mann. Nimm mal noch die Granate und einmal... Knallherbse. So, schön ins Böbeckchen und dann weg. So. Piers, hast du jetzt deine Aufgabe erledigt? Piers, muss ich dich hier hintragen? Ja, ich werde in Koff... Mann. Mann, der rennt uns doch hier um wie ne... Mann, lass mich aufstehen. Mann. Mann, ich seh nix. Ja, man... Mann, lass mich doch aufstehen, du Arsch. So. Das muss ich natürlich genialerweise noch nachladen. Und jetzt nochmal über uns. Ja, weil's so schön ist. Ja, wie oft müssen wir denn noch auf den ballern? Ja, hast du eine ganze Familie mitgemacht? Aua. Mann, irgendwie geht da gerade nicht gut voran. So. Komm. Los, los. Oh, wie oft müssen wir denn noch auf den Schießen hier? So, Mann. Ihr seid ja unerträglich, ihr Arschlöcher. Warum muss ich denn hier auch so oft nachladen? Ist ja gar nicht zu ertragen. Aber wenigstens haben wir unendlich Munition. Oder so viel, dass es nur Chuck Norris zählen kann. Na komm. So. Ganz im Ernst, ich seh hier nicht so viel. Das ist ziemlich düster. Warum ist das hier eigentlich jetzt so düster? Oh, ne. Da ist doch schon wieder so ein Fleischklubs. Oh, ich kann nicht zur Seite springen. Das ist ja schlimm. Mann, das ist doch nicht zu fassen. Was ist denn hier los? Mann, ist ja nicht zu glauben. Davon geht einem ja die gute Laune. Aber jetzt mal im Ernst. Was war das denn jetzt? Warum muss man denn so lang auf den Schießen? Das war ja vorher auch nicht der Fall. Und ich hab nicht den Schwierigkeitsgrad kennengelernt. Sei versprochen. Ich muss mal. Da muss ich ja mal hier die Karre nehmen und zum Ammunation fahren. Ich mein natürlich zum freundlichen Feuer. Ist doch klar. Hallo Kinder. Moment, da war ja schon so ne Waffe abgebildet. Da ist ja schon das freundliche Feuer. Geh raus. Und einmal ne schöne Drift-Aktion. Und geschmiedet und gepackt. So. Aber zuerst gehen wir mal auf unser Bankkonto. Und laden uns mal ein bisschen Geld runter. Und kaufen den Laden. So. Dann kriegen wir nämlich auch ein bisschen Rabatt. So. Was können wir denn hier noch so verbessern? Die könnten wir verbessern. Ähm. Moment mal. Warum hab ich... Die hab ich auch im Boot gerade gewechselt, ne? Ja. Die hab ich auch schon in der höchsten Stufe. Aber... Aber... Hm. Was würde sich jetzt noch lohnen? Ja, ich würde ja mal sagen, die Schrotflinten lohnen sich ja immer. Nehmen wir die mal so. Aber ich glaub, die muss ich jetzt so. Einmal. Zack. Und schon ist das Geld wieder ausgegangen. Das ist nicht schön. Aber es sollte reichen. Nur bin ich jetzt sehr optimistisch. Hier haben wir wieder so ein paar Luchardos. Ein paar Luchas, ne? Hehehe. So. Oh, hier nicht Geld. Save me for myself, so. Ich fahr mal kurz rechts ran und schau mich mal etwas... Moment. Im Verbesserungsmenü um. Weil irgendwie ist das ja jetzt ein bisschen merkwürdig. Jam. Die Gesundheit des Spielers wird auf 75% verbessert. Die Gesundheit regeneriert sich extrem schnell. Irgendwie finde ich es grad ein bisschen schade, dass wir sonst Schaden nehmen. Aber ich weiß jetzt auch, wo der Hase im Pfeffer liegt. Der liegt nämlich hier. Das müssten wir uns eventuell noch nicht zulegen. So. Und was sagt hier noch alles? Pistole, Munition, Munition, unendliche Munition. Das ist natürlich ein bisschen teuer mit 78.000 Dollar. So. So. Ähm. Gewehr Munition ertragen. Deine Waffe wird schneller nachladen. Schade, davon haben wir jetzt auch nicht so viel. Naja. Ich muss noch mal was gucken. Ich bin ja jetzt schon wirklich etwas irritiert. Moment, wo sind wir denn jetzt? Wir waren doch grad da unten. So. Naja. In egaler Handel. Ach so, der ist ja auch hart. Hm. Ähm. Wir könnten stattdessen ja auch wieder so eine Bande übernehmen. Aber die würde ich dann sagen. Machen wir mal hier. Und dann gehen wir weiter in der Hauptgeschichte. Vielleicht habe ich heute auch nur einen ganz schlechten Tag. Ich weiß nicht. Weil irgendwie komme ich ja hier nicht richtig in Fahrt. Vielleicht liegt es auch an den Updates. Aber höchstwahrscheinlich liegt es dann doch eher an mir. Weil ich weiß leider nicht, was die in so neuen Updates außer Verbesserungen zum Thema DLCs bringen. Boah. Schrei nicht mir ins Ohr. Dann ist es lustig, ja? Ehe, ehe, ehe. So. Versuchen wir mal unsere... Unser Können jetzt hier an der... Bandenoperationen sind die denn da. Oh ja. Ich sehe sie schon. Und dafür nehmen wir natürlich wieder... Zur Einladung, um das Ganze in Schwung zu bringen, erstmal eine schöne Knallärbse. So. So. Dich weg. Und... Dich weg. Und das war es schon? Ist ja langweilig. So. Und einmal durchgeballert. So. Und jetzt raus hier. Ja. Und jetzt raus. Ich bin der Jamm.